Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, hab hier so im Lager einiges gemacht, so Holz gehackt und Steine gekloppt, damit wir diesen, was war das, doch schon Hochofen machen können. Dafür fehlen uns aber noch drei Dinge, oder zwei davon. Das ist von den Foxdingern da, die diese Drüse, die Feuerdrüse, da brauchen wir noch zwei mehr. Also das heißt, wir müssen wohl oder übel dahin. Daniel hat geschrieben halt, dass ich hier noch einen Steinbruch mache und einen Erzbergbau mache. Ja, müssen wir auch gucken, dass wir das vielleicht danach, wenn wir wieder kommen, noch machen. Allerdings haben wir ja eigentlich das da hinten unten gebaut, nur ich glaube, da geht keiner hin. Wahrscheinlich ist hier die Stufe zu hoch oder sowas, dass die da abbauen können. Da unten ist nämlich nur eine abgebaut und ich glaube hier immer 43 und ich glaube, das könnte sein, dass das deswegen nicht klappt. Aber müssen wir mal schauen, vielleicht sind auch die falschen Pals hier am Arbeiten, aber nach dem Logo gucken wir mal weiter, gehen auf Reise erstmal und holen uns die Feuerdrüsen. So, hier in dem Bereich waren doch welche, oder? Dahinten ist doch schon einer zu sehen. Die sind natürlich nicht ohne, ne? Warte mal, lass uns gerade noch was mampfen. Und dann schauen wir mal, dass wir den da hinten angreifen. Ah, der haut schon ab. Ich weiß gar nicht, ob wir, oh was, ach so, den Dreierbogen haben wir ja jetzt, genau. Okay, ich weiß nicht, ob wir eine Drüse so gekriegt haben oder nicht, keine Ahnung. Kriegen wir den gefangen, ich will es hoffen. Das sah schon mal gut aus, dann haben wir auch einen zweiten davon. Und es gibt auch Feuerdrüsen dazu. Und dann haben wir zwei gleich gekriegt, das würde bedeuten, wir hätten schon unsere drei. Aber wenn hier noch einer ist, würde ich jetzt noch einen gucken zu fangen. Ah, da hinten sieht es so aus. Dann lass uns schnell den da hinten auch noch holen. Ist hier noch irgendwo rechts einer? Ne. Dann lass uns den da hinten noch kriegen, das macht vielleicht Sinn, noch einen mehr zu haben. Wo ist er hingehüpft? Der war doch hier, oder? Na super. Okay, das sollte klappen, oder? Das war ja nur ein Dreier, das müsste also klappen eigentlich. So gut sind wir mittlerweile. So, da haben wir dann Dreier von. Aber wir werden jetzt erst zurück zum Leier gehen, weil der Hochofen ist mir jetzt wichtiger. Da ist noch ein Ei, das nehmen wir mit. Man weiß, wofür es gut ist. Okay, kann ich nicht aufnehmen? Doch. Feuchtes Jumbo-Ei. Auch wenn ihr hier schon so seid, könnte man euch ja gerade auch mal mitnehmen, oder? Okay, auf der Entfernung kriege ich jetzt nicht mitgerechnet. Und den brauchen wir auch noch welche, wie wir gerade sehen. Na, da sind wir wohl zu weit weg für, ne? Klappt bestimmt auch, naja. Da brauchen wir noch vier Stück von, okay. Und wir sind ein bisschen angeschlagen, aber wir fliegen ja sowieso jetzt erst zurück. Nehmen wir das noch mit. Schnellreise in unser Lager zurück. So, jetzt müsste man das Ding ins Bauen können. Das wäre jetzt erst mal das Erste. Das wollte man hier hinten entstellen, ne? Hier wollte man den Ofen entstellen. Baumenü, Ofen. Sieht gut aus. So, da kümmern sich andere drum, wie wir gerade schon sehen. Hier sind Bären drin. Die da, die da. Für das Jumbo-Ei ist. Einen Brutkasten, ich habe doch noch keinen Brutkasten, oder? Hier müssen wir mal gerade ein bisschen reparieren. So, der Ofen ist fertig. Ich hoffe, wir können da jetzt was machen. Warum? Was? Holzkohle, okay. Wahrscheinlich machen wir erstmal Holzkohle fünfmal. Ah, das war der Feuertyp, der da auch hier arbeitet. Habe ich gerade kurz gesehen, oder? Wäre schön, wenn er danach kommt. Wo ist er denn? Hängt er hier unten rum? Nein, hier unten ist keiner. Ja, das ist da unten wohl ein bisschen schwierig. Wo ist denn der Feuer, Heini, der Fox? Feuerfuchs. Ja, so wie es aussieht. Aber ich kann es tatsächlich nicht machen. Ich kann nur abbrechen. Ah, benötigt Feuererzeugung. Okay, das heißt, da geht es gar nicht weiter. Schauen wir mal. Tropische Tracht. Topfpflanzensitz, Holztor. Bellrüstung, Fleischerei, Mittler. Federhaarschmuck. Ich sehe keine Feuererzeugung. Feuerdrüsen, ha, okay, das müssen wir auch noch. Da müssen wir wieder Feuerdrüsen haben. Haha. Vielleicht ist sowas hier das Entscheidende dann, ne? Hier ist keine Feuererzeugung drin. Oder ist es erst später? Das kann ja nicht sein, das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Holztor. Welche Punkte haben wir? Drei. Federhaarschmuck. Was wäre denn sinnig noch zu machen? Giftpfeil, Giftbogen. Tropische Tracht oder tropische Kleid? Arktische Tracht. Sandsack wäre für die Verteidigung. Wofür ist das gut? Es ist möglich, weil irgendwie die tödliche Kopfverletzung für die Herstellung wird primitiv Werkbank benötigt, okay. Achso, die andere Werkbank haben wir hier auch. Aber dafür brauchen wir Metallbauung. Ja. Ich glaube, hier machen wir das kleine Fangeisen hier frei. Und vielleicht den Sandsack oder eher noch hier höher, damit diese hier irgendwie freigeschaltet werden. Aber bis dahin sind sie ja tatsächlich nicht, ne? Ah, darunter steht es. Fange zum Freischalten einen bestimmten Pal. Okay, das heißt, wir müssen da erst einen Pal haben. Dann machen wir erstmal nichts. Aber das Fangeisen können wir gerade mal gucken. Das ist bestimmt hier jetzt zu machen, oder? Oder? Ne. Ach, diese Dinge haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Was fehlt uns da? Ach, Palsaft. Ja, dann sind die glücklicher, ne? Aber das ist jetzt noch nicht zwingend von Vorteilen. Ah, da ist das kleine Fangeisen. Auch Metallbahn, alles klar. Holz und Stein. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen. Ich weiß aber nicht, wo wir das hier basteln dann. Hier liegen natürlich viele Sachen rum, ne? Was ist das? Das ist Holz. Steinbruch. Vielleicht sollten wir den Steinbruch mal hier noch hinbauen. Können wir den schon bauen? Ah, was ist das? Das können die alle gar nicht, oder? Habe ich das freigeschaltet? Eigentlich nicht, oder? Möbel. Wo ist denn hier unser, hier ist das? Ich mache den Steinbruch mal, wenn es geht. Ach, geht noch nicht. Stein, Holz. Da müssen wir wieder ganz viel für sammeln. Und was ist mit dem Holzfällerlager? Das ist gleich hier in grün. Ah, okay. Da müssen wir ganz viel Zeug erst haben, damit das wieder funktioniert. Und das ist alles schon aufgebraucht hier. Wahrscheinlich für Pfeile bauen und so, ne? Jetzt können wir das Ei auf jeden Fall da mal reinlegen. Das müssen wir auch noch ausbrüten. Da brauchen wir aber eine Box für. Was war das? Leder. Da weiß ich auch noch nicht, was wir damit anfangen können. Okay, das können wir noch ins Feuer legen, damit der da noch arbeitet. So viele kann man machen, okay. Nein, nicht Escape drücken, ne? So, das heißt, hier kommen wir jetzt nicht weiter, wo wir das Feuer nicht schüren können. Also, es hat doch funktioniert. Okay, ich kann es wahrscheinlich nicht machen, aber der andere kann es wohl machen. Okay, das ist ja gut. Dann machen wir das. Ja, er werkelt da drinnen. Das ist schon mal gut. Wenn ich es nicht kann, aber er kann es. Also, es ist nicht so schlimm. Gut, dann brauchen wir noch nicht unbedingt los deswegen. Hier waren wir schon durch. Hier waren wir mit Feuerdrüsen gesegnet, müssen wir da haben. Vier Stück, damit das geht, okay. Da werden Pfeile gemacht, das ist auch gut. Lager verbessern können wir, glaube ich, noch nicht. Da fehlt uns die heiße Quelle. Bei der heißen Quelle fehlte uns aber irgendein Material, ne, oder? Wo ist sie da? Da fehlte uns der Palsaft. Den Rest hätten wir. Keine Ahnung, wo wir Palsaft wegkriegen. Wir haben ein bisschen davon da, ne? Da backt ein bisschen der Ding ins Rum. Das war noch die falsche Truhe. Wollte da reingucken. Eine Flüssige, die sich aus Pals gewinnen lässt, hat eine hohe Viskosität und ist ziemlich nützlich. Wahrscheinlich werden die dann sterben, wenn ich das kriege, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Eine Kugel verschwendet wieder, super. Ich nehme mal die Pfeile mit hier noch. Eigentlich müssten wir dann gucken, wie sieht es denn aus mit unseren Lagerbeständen. Zehn Stück haben wir noch, das ist erstmal gut. Ich würde jetzt einfach hier vorne die Pals mal angreifen, weil, wo ist denn mein Pfeil jetzt hier? Da. Weil da haben wir genug von, aber vielleicht kriege ich da Palsaft raus. Also, das Kätzchen weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube die Chicken sind schon klar, ne? Kriege ich jetzt Palsaft? Das ist die Frage. Der hat jetzt ein Ei verloren und Schickipickischfleisch und da auch, aber kein Palsaft, schade. Der ist jetzt da ganz hinten hingefallen, ne? So, jetzt mal gerade hier gucken. Was verliert der? Wolle und Lammfleisch, also kein Palsaft, dann funktioniert er so nicht. Kriege ich so den Palsaft? Weiß ich nicht. Wolle und Lammfleisch steht da. Der ist auch leider kaputt gegangen. Stein. Da ist noch einer. Ein Schuss und schon tot. Ah, das ist nicht gut. Jetzt sag ich nicht, ich kann die direkt so einfangen dann. Gucken wir mal. Ist aber rot. Ne, geht nicht. Das Problem ist, wenn ich den zu dolle schieße, dann ist er auch gleich tot, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt Palsaft da durchkriege. Ein Ei, aber da kriege ich, also abschießen muss ich sie nicht. Das durchkriege ich auch so. Kriege ich den so gefangen? Wahrscheinlich ja, ne? Kriege ich da Palsaft jetzt durch? Wolle und Lammfleisch, na super. Das war jetzt nicht so dolle. Vielleicht sollte ich ein bisschen besser zielen, ne? Was liegt jetzt hier? Rote Bären nur, okay. Wieder nur rote Bären gekriegt. Und es ist dunkel, ich sehe nichts. Chigi, was ist mit dir? Angriff mit der Fackel, mal gucken, wie weit wir da kommen. Nicht so weit, ne? Okay, vielleicht kriegen wir das schon. Wir haben keine Kugel mehr, alles klar. Das heißt, wir können zurück. Da liegt noch Wolle. Ich habe, glaube ich, keinen Palsaft gekriegt. So ein Shit. Ich hoffe auch, ich bin gerade hier auf dem richtigen Weg. Aber da oben sieht es so aus, ne? Vielleicht sollte ich so einen da mal kriegen, aber ich habe keine Dinge ins Kugeln mehr. Das bringt gerade nichts, aber den hole ich mir gleich, wenn ich wiederkomme. So einen habe ich noch gar nicht gefangen hier. Dann muss ich dort nur ein paar Kugeln machen. Hungrig sind wir auch. Warum baut dann keiner mehr Holz und Stein ab, ne? Ich muss erst die Kugeln machen. Da hinten ist nämlich einer, den will ich haben. Ich habe die Kugel nicht mitgenommen, so ein Shit. Was war das? Irgendwer anders hat da den tot gemacht, oder was? Oder? Giftdrüse gab es da jetzt. Na super. Irgend so ein Chicky Pigiel. Wo geht es runter da? Finde ich noch so einen? Ich hoffe es. Hier links war vorhin einer, aber das ist der, der jetzt hochgekommen ist. Wahrscheinlich. Da hinten sind noch welche. Vielleicht kriege ich ja einen davon, bevor es nacht wird. Keine Döse mehr. Shit. Wo geht es hoch? Ich habe auf jeden Fall einen. Verliere aber gerade an Energie, deswegen muss ich weg. Und ich glaube, die sind jetzt weg, weil es nacht ist. Äh, nacht rum ist, ne? Hat schon einer eingemacht von den vier Dingern. Wäre cool, wenn der dann auch noch hinter mir her wäre. Naja, hat keiner eingemacht. Ist der hinter mir her? Nein, leider nicht. Gut, aber wir sind mit einem weiter und ich habe noch keine Ahnung, wofür der gut ist. Und da können wir aber gerade keinen bauen. So, jetzt müssen wir gucken, wofür der gut ist. Schauen wir mal gerade hier in unseren Paldecks rein. Der ist das. Schatten. Wenn dieser Paldeck besonders mag. Na super, Handwerk, Transport, Sammeln. Unwichtig also. Habitat, da steht nichts. Aber vielleicht können wir jetzt was im Technologiebaum dann doch bauen, was da jetzt freigeschaltet ist. Ich glaube, das war es hier und das ist nicht freigeschaltet, oder? Vielleicht ist was anderes da. Doch, das hier. Halsband für Dead Dream. Ermögte es Dead Dream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und die Schützen Hilfe zu geben. Okay, das hört sich ja ganz interessant an. Dafür brauchen wir aber die Palladium-Spruchstücke. Ist noch was frei geworden sonst? Hölzer, das, ne, glaube wir hatten wir. Die Nägel können wir jetzt machen. Ich glaube, die braucht mal. Ah, okay. Freigeschaltet sind die schon, aber. Ja, gute Frage, wofür das alles jetzt ist, ne? Armrust ist natürlich cool. Was brauchen wir dafür? Holz, Stein, Metall, Bahnen und Nägel. Kühlbox, die ist glaube ich neu. Übungsdummy ist bestimmt für unsere Viecher, dass sie besser werden. Kann das sein? Okay, aber Level 13 hatten wir auch noch gar nicht, ne? Metallspeer, Übungsdummy, Armrust. Die Armrust ist schon cool, glaube ich. Das ist nur die Frage, wo wir die machen können. Ich glaube, wir müssen hier erstmal weiter gucken, was hier ist. Okay, ich produziere mal das. Das macht der Fox. Die klopfen hier Steine. Hier unten ist niemand, immer noch eins, das ist schlecht. Jetzt muss ich gerade überlegen, wir wollen den Steinbruch bauen, ne? Kriegen wir den hin? Dafür fehlten uns aber allerlei Sachen. Gut, das kriegen wir so nicht hin. Die Werkbank, auch Metallbargen. Okay, da kriegen wir welche zusammen. Wenn wir gleich die Kohle haben, können wir danach Metallbargen machen. Dann Holz und Nägel. Nägel haben wir auch noch nicht. Die können wir aber hier, glaube ich, machen dann. Wenn wir die Metallbargen haben, ne? Warte mal, lass mal schauen. Oder waren die hier zu machen? Warte, das müssen wir gerade gucken noch. Ah, ne, hier sind die. Dann produziert mal da bitte schön die Nägel. Nein, nicht Escape drücken. Gut, ich würde sagen, wir machen hier aber auch erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abort macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020